Wie hat er dir das geschickt? Hallo Leute! Ahaha Äh, wieder Minecraft Party? Ja, Spaß! Macht Spaß! Das Rennen, das kennt ihr ja schon. Wir müssen echt mal sagen, uns gefällt dieser Server sehr persönlich, richtig gut. Oder? Ja. Es sind aber viele neue Spiele, ich meine, jeder ist aber Survival-Games und so, aber sowas kenne ich sonst nur von dem hier. Aber ich muss gucken, wenn man gelb wird. Ja. Gerade so, ne? Los, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen, jada! Ja! Ich bin im Ziel, zweiter, oder? Dritter, scheiße. Ja, ne, du bist dritter. Ich bin vierter geworden. Geil, mach. Das ist doch so. Und das ist ein Dias-Spiel. Oh, komm, 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 komm. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Diafone anders aufgesammelt Oh, du Dieb Alter, das ist doch nicht Komm, 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 wir müssen doch noch Diaz sein Hier sind doch noch Diaz, da ist noch einer Wer hast du bis jetzt? Äh, acht Diaz und zwei Emeralds Alter, ich habe noch nie einen einzigen Emerald gesehen Gar nicht Ich bin der Erste Alter Ich habe noch nie einen Emerald gesehen, das ist doch ganz im Ernst Echt nicht? Nein Gar nicht Was ist da los? Das geht doch noch nicht weiter Oh, den könnte ich gleich abschnitzeln Komm her Oder lass uns mal gegenseitig nicht schnetzeln Ja, wir beiden nicht Der Kameraden Nein Ich bin tot Entschuldigung Komm, ich habe dich, ich habe Wo bist du denn? Ähm Ja, sauber habe ich einen Oh, ich wäre fast in mein eigenes reingelaufen Das rockstuhl Mach jetzt so Pass auf, pass auf Ich kackfische Beobachte dich jetzt hier Warte, F1 Gut Nein Abgelenkt Abgelenkt Ich beobachte dich jetzt so mit Ähm Nice Kamera Da unten sehen wir den Weiß ich doch nicht, wie er heißt Und er schießt jetzt gerade irgendwo hin Okay Lass mal das Hallo Ja Wir sind beide tot, das ist ja Wiserabel Hm Wir sehen uns unter Gott wieder Oh, du sollst sterben da Oh, du sollst sterben Da Ach, nee So richtig füttert er ja nicht Ne Hm Hm Hm, 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 hm Aber schlank wie ein Bügelbrett Was sage ich doch nur, ne Schlank Schlank, 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 schlank Ich bin schlank, wie mein Badezimmerschrank Daddeli 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 Auch ein Badezimmerschrank Beide Zimmerschränke machen Spaß Und, ich bin 13. geworden Und ein Toast mit Brötchenessen macht auch Spaß Oh Übrigens 8er Oh, ja Ich war 13. Das ist, wenn die Game ist von Noobs and VIP only Heißt Wir könnten Dieses Spiel Äh, in 49 Minuten Was es eben gerade war Nicht mal spielen Blöd Also kann man natürlich auch VIP verkaufen, ne Ja, du wirst wahrscheinlich, dass das einfach das beliebteste Spiel mehr oder weniger ist, ne Stimmt Hier sind nämlich nur noch Noobs Und VIPs Ist ja doof Boah Orange Orange Juice 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 Oh, da ist ja runtergefallen Äh, blau Ist das das blau? Nein Das ist ja Moin Oh, noch vier Leute Lila, lila, lila Ja Boah Green, 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 green Siebter Ey, dritter Gut, gut, gut Alter, aber das eben mit dem, äh, grün war so episch Würde sagen Hier musst du hier nicht Schutz geben Hm Warte, noch ne Runde, ja Würde sagen, bis zu Szenen machen wir, oder? Ja Oh, scheiße Achso, ihr seid das Spiel drin Achso Aber man sollte also mit dem Schneeball abschießen, okay Ja Du hast es verstanden Immerhin habe ich es verstanden Und da soll ich was heißen Weil Ja Dass sowas passiert, das ist nicht häufig Ey, wir sind nur zu zweit, ne? Wo ist denn der? Ähm Er ist Hey, Achtung, Achtung, er kommt da gleich Ja Sauber Ich bin erster Äh, äh Oh, ja, mein Sein zweit Lieblingsspiel Ja, sein zweit Lieblingsspiel Oh, schön dekoriert Alles so In dem ganzen Oh, wie hell's das hier außenrum ist Auch in dem Design von Mario Hm Das ganze hier so Ist so ein Spiel eigentlich von Mario? Weiß ich nicht, aber das ist ja so wie Ich jetzt nicht Mario Party Mein Kampf Party Ja Ich, ich hab kein Mario Party, ich hatte es nie gehabt Ich auch nicht Weder für Wii, noch für DS Gab's das so GameCube? Ich glaub schon Nicht, hatte ich das einmal gehabt Äh Äh Ja, es wird's ab nochmal, wenn wir dann einfach die Blöcke vor dir weggehen Du lebst aber noch Ich lebe noch Du sollst schon was heißen Oh, ich bin runtergefallen Äh, äh, nein, ich auch Vorbeigesprungen Oh, guck dir einfach mal die Karte an So, nochmal Also, wer das dann noch Wo ist es in der Seite da hinten? Oder bleibt auf dem weißen Block stehen Warum, wenn du dich rechtzeitig, oder Erst später dich bewegst, dann Ach, wieder das schnelle Spiel hier Ja In der Mitte Am Anfang zu bleiben ist vielleicht ganz gut, weil Äh, nein, das ist nicht gut Oh, gut Du weißt direkt auf mich auf Zugang Plastisch Das sieht doch gut aus Doch, dann bist du in der Mitte Bist du doch viel schneller Gut Also wenn es dann näher kommt Muss dich beeilen Weiter in die Mitte Oh, jetzt wird kleiner Pass auf, pass auf Oh, jetzt sieht er das Boah Noch lebe ich, noch lebe ich, noch lebe ich Wo Lebe ich nicht mehr Zweiter Zweiter Ist doch schon ganz gut, ne? Würde ich mal sagen Danke fürs Zuschauen Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Und, ja Unterdies Mal wieder ziemlich viel Spaß gemacht Und euch vielleicht auch beim Zugucken Aber ich bin verrückt Nee, beim Spielen, weißt du? Ja Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss